Wir haben es ja schon immer geahnt. In Long Beach, Langenbach, gibt es Nixen. Jetzt beim bunten Abend des Faschingsvereins konnte der Nachweis ihrer Existenz erbracht werden. Sie sehen zwar vielleicht ein bisschen herber aus, als man das so in der Vorstellung hatte, nichtsdestoweniger, oh wie grazil, können sie sich durch das Wasser bewegen. Vom Besuch vom Wartezimmer bis hin zum Besuch im Tierpark reichte das Programm. Pausen gab es keine, doch gab es schon, aber da ging es erst richtig los. Polonese! Ja, hörst du mich auch, wenn ich nix sag? Soja, das weiß ich jetzt nicht. Sag einmal nix und dann schau ich, ob ich dich hör. Ja, gut. Nachher sag ich jetzt einmal nix. Laien-Spieler? Hello! Karl Valentin? Hello! Am Heubode? Hello! Und auch mal. Herzlich willkommen zu unserem Kursus Altbayerisch für Einsteiger. Heute mit der Lektion 500.001, die Bierprobe. Das hier sind Pater Ignatius, Klausi und Rita. Ja, was habt ihr denn da? Wir haben ein Pilz, wir haben ein Weiß und wir haben ein Maß Hells. Ich wiederhole, wir haben ein Pilz, ein Weiß oder ein Maß Hells. Zu deutsch, wir haben 0,3 Liter Bier, 0,5 Liter Bier und 1 Liter Bier. Holla in Klasse. Das ist doch keine Folgen, das ist ein Nilpferd. Ja, das wollte ich auch sagen, ich habe mich bloß geredet. Da ist ein Laufkugel, siehst du da drüben diesen wunderbaren Tintenfisch? Ja, da oben siehst du nicht. Das ist doch kein Tintenfisch, das ist ein Steinadler. Ja, ja, ein Steinadler, das wollte ich auch sagen, ich habe mir auch was geredet. Sibirische Wölfe, ja, schau mal, wie unheimlich, dass die heulen. Ja, schau dir da die einmal an, das sind doch unheimliche Raubtüren. Die müssen doch unheimlich heulen. Das würde sich doch blöd heulen, wenn die auf einem Zwitschern darren würden, die Wölfe. Du aber genauso blöd weißt, wie ein Schweiberl heulen würden. Ja, da hast du recht.